Schon was vor nach dem Kino? Nach dem Kino ab ins Garbo oder ins Blue Note. Das Blue Note kann man für Feiern auch mieten. Und diese Leinwand kann man für Werbung mieten. Die Filme dazu macht Mambo Jumbo Media, Ihre freundliche Werbeagentur aus Osnabrück. Mehr im Internet unter www.mambo-media.de Die Flyer dazu liegen an der Kasse aus.